hallo hier ist wieder ihre denise vom casinoplusbonus.com heute möchte ich das mega casino vorstellen und zwar möchte ich mal durchleuchten ob das große m als markenzeichen für das mega casino wirklich so bedeutend ist und das casino wirklich mega macht auf jeden fall gibt es schon mal zehn freispiele ohne einzahlung einfach auf die anmeldung den entsprechenden bonuscode finden sie auf casinoplusbonus.com bei uns auf der webseite dort habe ich das auch noch mal erklärt wie es funktioniert dort können sie sich den abholen und ansonsten gibt es hier natürlich wieder einen willkommen bonus mit zusätzlichen 25 freispiel den man dann nutzen können die bedingungen dafür auch bei uns auf der webseite nachzulesen jetzt aber mal ganz kurz zu diesem casino und zwar gehen wir mal jetzt von der hauptseite weg und gehen mal auf die spielautomaten und man sieht eine wilde auflistung vollkommen ungeordneter spielautomaten jetzt könnte man sagen ja das glück treibt mich zu irgendeinen hin der aber seine lieblings spielautomaten kennt der wird über die suche erfolgreich sein wer aber nach software software auswahl geht der ist leider hier enttäuscht weil diese auswahl möglichkeit nicht vorhanden ist was ich natürlich bei 1000 über 1300 spielautomaten einfach nicht so toll finde man kann sich die neuen spiele angucken das macht man ja immer in den casinos damit man sieht was neu auf geworden aufgenommen ist beziehungsweise was jetzt spielbar ist oder hier wirklich ganz neu dazugekommen ist von den einzelnen anbietern so diese sehr populären spielautomaten sind dann aufgeführt das ist sicher auch nur als orientierung gedacht für mich ist das eher nicht ganz so entscheidend weil ich habe im laufe der zeit meine eigenen spielautomaten an mit denen am liebsten spiele tipps dazu wie immer auch auf der webseite so dann hatten wir haben wir hier noch eine roulette seite wo die roulette spieler zum zugekommen blackjack immer wieder mal eine runde zu spielen ist sicher auch von vorteil hier gibt es dann auch den anbieter der hier verzeichnet ist wie hier ein live casino oder ein live blackjack von netten oder ein blackjack von evolution gaming aber wie gesagt diese kennzeichnung fehlt bei den spielautomaten was schade ist aber es gibt noch das live casino wobei hier dann nur noch mal alle blackjack und roulette und alles zusammen aufgegliedert sind im prinzip sich das wiederholt was dann auch schon in blackjack und im roulette angegeben ist so dann kommen wir noch mal zu den drei strichen zur menüführung und zwar gibt es noch die täglichen angebote die man sich dann heraussuchen kann also ob es nur der willkommensbonus ist free also tournament oder eben geheime preise oder was auch immer das kann man sich dann anschauen und täglich dann sich die sachen dort heraussuchen so dann gehen wir noch mal kurz auf die bank und man sieht dass eine minimum einzahlung ab 10 euro möglich ist bei den meisten einzahlungsmethoden wird keine gebühr verlangt aber bei skill und netter pay safe card und so weiter gibt schon mal gebühren also das immer beachten und dann nicht erschrocken zu sein aber wenn man die bevorzugten zahlungsmethoden gern benutzt dann wird man wohl in den sauren apfel beißen müssen und diese gebühren entrichten müssen so dann noch mal ganz wichtig auch unter diesen punkt findet man dann die coupons und hier müssten sie dann den entsprechenden bonuscode eingeben den sie auch wie gesagt bei uns auf der webseite casino plus bonus.com finden eben hier eintragen man kann dann natürlich sich informieren was was habe ich mir geholt was was spiele ich und was ist noch offen was kann ich wurde was muss ich noch umsetzen das kann man sich dann alles hier anschauen so also gehen wir noch mal auf die hauptseite zu und schauen uns an was es so gibt also wie gesagt die menüführung ist für meine begriffe etwas mangelhaft das casino läuft sehr flüssig die spiele laden sehr schnell es gibt reichlich auswahl schade dass man nicht wählen kann denn wenn man es gerade davon ausgeht dass jetzt hier im mega casino zum beispiel auch die red tiger gaming spiele also ich schau noch mal moment hier nein das nächste hier red tiger neu aufgenommen worden ist dann ist es schade dass man diese spiele sich nicht aussortieren kann und sagen das sind doch dann neue spiele das müsste ich doch mal ausprobieren schade dass es nicht möglich ist hier so zu spielen aber ansonsten wie gesagt ein empfehlenswertes casino ein guter support der relativ gut erreichbar ist und leider nicht immer in deutsch aber mit ein bisschen englisch oder den google englisch kommt man dann auch sicher weiter also ich wünsche auf jeden fall viel spaß im mega casino nutzen sie ihre freispiele und gewinnen sie damit beziehungsweise mit ihren einzahlen und stauben sie richtig gut ab das wünscht ihnen ihre denis von casinoplusbonus.com tschüss bis zum nächsten mal